Sir Lawrence Kerr-Olivier, Baron Olivier of Brighton, OM, war ein britischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Theaterleiter. Der dreifache Oscar-Preisträger wird als einer der größten englischsprachigen Bühnen- und Filmdarsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Karriere Lawrence Olivier wurde als jüngstes von drei Kindern des Pfarrers Schirra Kerr-Olivier und seiner Frau Agnes Luise geboren. Der streng religiös erzogene Junge besuchte die St. Edward School in Oxford. Als er 17 Jahre alt war entschied sein Vater, dass er eine Schauspielschule besuchen solle. 1926 trat er der Birmingham Repertory Company bei, bei der er mit der Zeit anspruchsvollere Rollen spielen konnte. 1930 heiratete er die Schauspielerin Jill Esmond. Im selben Jahr drehte er seinen ersten Film »The Temporary Widow« nach dem Theaterstück »Hocus Pocus« von Kurt Götz. Schon bald erarbeitete er sich einen Ruf als exzellenter Darsteller, vor allem in Shakespeare-Stücken. Den endgültigen Durchbruchs- und Theaterstar brachte ihm Romeo und Julia im Jahre 1935. Der Autor Charles Bennet schrieb über Oliviers Leistungen in Shakespeare-Stücken, dass seine Sprache so natürlich wirke, als ob er seine Sätze gerade erst denken würde. Lawrence Olivier begann Ende der 1930er Jahre eine Affäre mit der damals noch unbekannten Vivian Lee. Nachdem sie ebenfalls berühmt wurde, drehte er mehrere Filme mit ihr und heiratete sie im August 1940. Seine Darstellung des hasserfüllten Liebhabers Heathcliff im Film »Waring Heights« nach Emily Brontes gleichnamigen Roman brachte Olivier seine erste Oscar-Nominierung ein. Durch »Waring Heights« wurde er auch in Hollywood schlagartig bekannt und war dort in der Folge meist in aufwendigen Filmen in typisch britischen Rollen zu sehen. Weitere anspruchsvolle Liebhaberrollen in Literaturverfilmungen, darunter als aufbrausender Maxim D. Winter in »Alfred Hitchcocks« »Hollywood« »Debue Rebecca« und als Seidler »MR«, das e. in »Robert Z. »Leonards Stolz« und »Vorurteil« folgten. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges ließ sich Olivier zum Piloten ausbilden, er kam aber nie zum Einsatz. 1944 war er Mitbegründer der Neun-Old-VeC Company, mit der er fünf erfolgreiche Spielzeiten am Old-VeC Theater absolvierte. So reüssierte er als Richard III. als ein darstellerischer Höhepunkt wurde auch seine Verkörperung von Sophocles, Oedipus und die des Mr. Puff in Sheridens Komödie »Der Kritiker« an einem Theaterabend angesehen. Seine Liebe für dessen Dramen brachte er als Schauspieler und Regisseur auch durch einige Filme zum Ausdruck, bei denen er zum Teil auch als Produzent fungierte. 1944 drehte er seinen ersten Shakespeare-Film »Heinrich V.«, es folgten die Verfilmungen »Hammel« in 1948 und »Richard III.« 1955. In allen diesen Filmen spielte er jeweils auch die Titelrolle und erhielt exzellente Kritiken. Die Bühnenproduktion von Adelo 1964 war 1965 auch als Film ein weiterer Erfolg. Olivier war einer der Mitbegründer des Nationaltheater und längere Zeit dessen Intendant. Ab 1967 litt er zunehmend unter gesundheitlichen Problemen. Als Filmregisseur trat er mit drei Schwestern nach Tschecho 1970, die Kasekunden letzte Mal in Erscheinung. Seinen letzten Bühnenauftritt erlebte er im März 1974 als John Tech in Trevor Griffiths »The Party«. Bis 1985 wirkte er in Filmen von unterschiedlicher Qualität mit. 15 Jahre nach seinem Tod wurden für den Film »Sky Captain and I World of Tomorrow« alte Aufnahmen von ihm digitalisiert, die für die Rolle des Dr. Totenkopf Verwendung fanden. Während seiner langen Karriere war er insgesamt elfmal für einen Oscar nominiert. Trotz all dieser Erfolge und auch nach seiner Erhebung in den Adelstand durch die britische Königin bestand er darauf, schlicht als Larry angesprochen zu werden. Nach ihm ist der alljährlich vergebene Lawrence Olivier Award für Theater und Musicalproduktionen im Londoner Westend benannt. Privatleben Olivier war von 1930 bis 1940 in erster Ehe mit Jill Esman verheiratet. Schon 1938 begann er jedoch eine Beziehung zu Vivienne Lee, die für ihn ihren damaligen Mann verließ und ihn 1940 heiratete. Die Ehe hielt offiziell bis 1960. In dritter Ehe war er ab 1961 mit der Schauspielerin Joan Plowright verheiratet, die er 1958 während der Dreharbeiten zu der Comedian kennengelernt hatte, indem er die Titelrolle verkörperte und sie als seine Tochter auftrat. Miteinander hatten sie drei Kinder. Lawrence Olivier starb im Alter von 82 Jahren in seinem Haus an Nierenversagen. Nach der Einigerung wurde seine Urne Minus als eine Ehre für nur wenige Schauspieler Minus in der Petsch-Corner der Londoner Westminster Abbey beigesetzt. Auszeichnungen und Irrungen Oscar-Auszeichnungen 1947 1949 1949 1979 Ehrenpreis für seine ausfüllende Arbeit, die einzigartigen Leistungen seiner ganzen Karriere und seinen Beitrag zur Kunstform des Films als Lebenswerk Nominierungen. 1940 1941 1941 1947 1949 1957 1961 1966 1973 1977 1979 Bester Hauptdarsteller British Academy Filme Award Auszeichnungen 1956 1956 1976 Academy Fellowship Nominierungen 1953 1958 1960 1961 1963 1974 1974 1983 Bester Fernsehschauspieler David Di Donatello 1957 1973 Bester ausländischer Schauspieler Emmy Auszeichnungen 1960 1973 1975 1975 1982 1984 1984 Herausragender Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem Special Nominierungen 1968 1970 1970 1974 1974 1987 1987 Herausragender Nebendarsteller in einer Miniserie oder einem Special Golden Globe Award Auszeichnungen 1949 1949 1977 1973 1983 Cecil B. Cecil B. D. Miller Award für sein Lebenswerk Nominierungen 1961 1973 1973 1973 1980 Bester Nebendarsteller National Board of Review 1946 1978 1978 Bester Hauptdarsteller New York Film Critics Circle Award 1946 1946 1946 1946 1946 1948 1948 1948 1948 1960 1972 Bester Hauptdarsteller Weitere Auszeichnungen 1948 1949 1949 1949 1949 1949 1950 1950 1950 1956 1956 1957 1960 1966 1969 1979 1983 1984 1984 1985 1988 Internationaler Antonio Feltrinelli Preis Das American Film Institute wählte ihn auf Platz 14 in der Liste der 25 größten männlichen Filmlegenden aller Zeiten. Ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame trägt seinen Namen bei der Adresse 6321 Hollywood BLVD. Olivier wurde 1947 zum Ritter geschlagen und am 5. März 1971 zum Live-Pair als Baron Olivier auf Breitnam County of Sussex erhoben. Mit dem Baronstitel war ein Sitz im House of Lords verbunden. Sein Grab liegt im Petsch Corner in der Westminster Abtei in London. Er ist nach David Garrick bisher der zweite Bühnenschauspieler, dem diese Ehrung zuteil wurde. Der nach ihm benannte Lawrence Olivier Watt gilt als renommiertester Theaterpreis Großbritanniens. Goldene Himbeeren 1981 1983 Schlechtester Schauspieler Filmografie 1930 Hokus Pokus 1936 Wie es euch gefällt 1937 Feuer über England 1939 Sturmhöhe 1939 Testflug QE 97 1940 Rebecca 1940 Stolz und Vorurteil 1941 Lord Nelsons Letzte Liebe 1944 Heinrich V. 1948 Hamle 1951 Carrie 1951 Der wunderbare Flimmergasten 1955 Richard III. 1957 Der Prinz und die Tänzerin 1959 Der Teufelsschüler 1960 Der Komödiant 1960 Spartakus 1965 1965 Banilae ist verschwunden 1966 Katum 1968 In den Schuhen des Fischers 1968 Romeo und Julia 1969 Luftschlacht um England 1971 Nikolaus und Alexandra 1972 Mord mit kleinen Fehlern 1973 Die Welt im Krieg 1976 Kein Koks für Schöler Homs 1976 Der Marathonmann 1977 Die Brücke von Arnheim 1977 Jesus von Nazareth 1978 The Boys from Brazil 1979 The Boys from Brazil Dracula 1979 Ich liebe dich I love you ETM 1980 Der Jazzsänger 1980 Kampf der Titanen 1982 Inchon 1984 Elfenbeinturm 1985 Die Bounty 1985 1985 Wildgänse 2 2004 Sky Captain And I World of Tomorrow